Lars, du darfst nicht schon wieder schlafen. Komm, wach jetzt auf. Es ist keine Schlafenszeit. Komm schon, komm schon, komm schon. Flieg jetzt weg von dem Baum. Du kannst nicht die ganze Zeit da hängen bleiben, Mann. Was ist los? Mann, ich bin's, Roman. Wir sind doch jetzt Fledermäuse. Mann, wir müssen jetzt Leute trollen. Ja, da bist du ja perfekt. Jetzt fängt es schon wieder an zu regnen. Lass unter den Baum, weil sonst fliegen wir nicht mehr so richtig gut. Unsere Flügel verkleben nämlich immer, wenn es regnet. Das ist kein gutes Omen, mein Freund. Ja, Mann, wir müssen jetzt warten, bis der Regen aufhört. Das ist so lästig. Oh, ey, er wird weniger. Oh, Alter, wir haben wirklich Glück, Mann. Hey, hör zu, pass auf. Wir haben jetzt dieses eine Haus da hinten. Und ich hab da irgendwie so ein bisschen gerade eben ausspioniert, währenddessen du geschlafen hast. Und wir werden jetzt, glaube ich, dort drin eine Frau ärgern die ganze Zeit. Beziehungsweise ist ein Mädchen dort drin. Die können wir ärgern, weil wir sind nämlich Fledermäuse. Pass auf. Die ist ganz schön komisch drauf und die hat ganz schön krasse Waffen und so. Deswegen müssen wir aufpassen. Und ich glaube, die ist ein bisschen verrückt. Deswegen komm mal mit. Pass auf. Ich weiß nicht, wann die rauskommt oder sowas. Aber die passt richtig drauf auf, dass man nicht zu denen nach Hause reinkommt. Ja, voll das schöne Haus. Aber das ist so mitten im Wald irgendwie ein bisschen unheimlich, ne? Ja, finde ich nämlich auch, dass es mega unheimlich ist. Und die kommt auch manchmal raus und so und schaut auch immer mal so ein bisschen vorbei. Und ich auch... Oh mein Gott, die Türen öffnen sich. Hey, Lars, guck mal, da, da, da. Wo bist du denn? Eingangstür, Eingangstür, Eingangstür. Achso. Guck mal, da hinten ist die. Guck mal, guck mal, guck mal, die macht irgendwas. Aber die... 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 Die schöpft... Die schöpft aber jetzt noch nicht so... Nein, nein, nein. Wir sind doch mega klein. Wir sind ja ganz normale Fledermäuse. Die sind ganz, ganz normale Fledermäuse. Guck mal, jetzt geht die da rein. Ah, ich glaub, wir können der da gar nicht hinterherlaufen, ne? Hey, guck mal, die ist in ihrem Haus drin. Was macht die da? Ja, ich... Warte. Die hat die Türen da offengelassen, ganz gut. Die schaut da irgendwas grad in der Kiste an oder sowas. Warte mal, wir müssen durch die Fenster sie ausspionieren. Was hat sie denn da? Was? Oh mein Gott. Die hat sich irgendeine Nanorüstung angezogen. Guck, das hab ich gemeint, Lars. Die hat irgendwelche komischen Nanorüstungen oder sowas. Lol. Du musst sie durch das Fenster beobachten. Ja, ja, ich guck die ganze Zeit. Hey, die ist grad nach oben gegangen, hab ich grad gesehen. Guck mal, hier oben sind so kleine Fensterchen. Hey. Guck mal, die macht die Fenster auf. Die macht die Fenster oben auf. Guck mal, die macht oben einfach diese Fenster auf. Bisschen lüften. Ah, bisschen lüften. Hey, pass auf, können wir da durchpassen? Passen wir da durch? Oh mein Gott, Lars, wir passen da durch. Das sind die perfekten Orte. Ich warte auch, bis die unten ist. Ich warte auch, bis die unten ist. Warte. Ich schau gerade. Hey, die ist wieder unten. Die geht nach unten gerade. Ja, Mann, die hat einfach nur die Fenster aufgemacht. Nee, du bist nicht im Haus. Ich schau gerade durch die Fenster durch. Geh nicht rein, geh nicht rein, geh noch nicht rein. Die macht gerade überall die Türen und Fenster auf, weil sie nämlich ein bisschen lüften möchte. Ey, ey, die geht in den Garten. Achtung, Achtung, Achtung. Die geht in den Garten, Lars. Chillig, chillig. Alter, die hat alle Türen aufgemacht, Lars. Das ist perfekt für uns. Was war das? Oh mein Gott, tsch. Alter, wir müssen leise sein. Ich glaub, die hat das gehört, Mann. Okay, komm mit, komm mit, ganz langsam. Was macht die da? Irgendwas mit Dings. Ich glaub, die farmt da irgendwas ab oder sowas. Ach so, ja, ja, die macht Dings Brot oder sowas. Irgendwas macht die, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warte, 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 warte. Was macht die da? Was, was, was macht die am Esstisch? Legt die da jetzt irgendwas zu essen hin? Oh mein Gott, ne Melone. Ah. Lass, 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 lass die abbauen, lass die abbauen, lass die abbauen, warte. Uh, ich hab, ich hab, ich hab, ich mach, ich mach, ich hab. Hey, warte. Oh nein. Warte, ich hab sie, ich hab sie. Ich hab die Melone, ich hab die Melone. Gib mir meine Melone wieder. Was? fliegen, Lars. Oh mein Gott, was? Okay, okay, hier hast du deine Melonen. Alter, was? Lars, die kann fliegen, ey. Alter. Warum kann die fliegen? Ich verstehe auch nicht, warum die fliegen kann, aber ich glaube, die hat diesen komischen Anzug an und deswegen kann die fliegen, Alter. Das heißt, wir können nicht mal vor der wegfliegen. Alter, ich habe denen die Melonen wiedergegeben. Die hat ihre Melone. Was? Zum Glück habe ich noch eine. Oh, die hat noch eine Melone. Wollen wir den Anzug einfach mitnehmen? Ich weiß nicht, ob wir den Anzug mitnehmen können. Mann, du bist so klein, ich sehe dich die ganze Zeit. Du bist so klein, ich kann dich erst gar nicht sehen, Mann. Dann fahre ich jetzt nach Hause. Was wollen wir denn jetzt machen, wenn die diesen Anzug hat? Die kann ja dann auch fliegen, so wie es aussieht. Das ist ja voll crazy. Wo ist die hin? Ich weiß nicht, aber wir müssen sie irgendwie besser erschrecken, sodass sie sich richtig erschreckt. Wir müssen gucken, wo die ist. Vielleicht kommt die ja noch mal raus. Hallo! Warte, ich weiß nicht, wo sie ist, Mann. Aber wir müssen die irgendwie rauslocken, sodass sie wieder rauskommt. Hey, da kommt sie, da kommt sie. So, ich mache jetzt alle Fenster zu. Oh nein, die macht oben die Fenster zu. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Bitte mach nicht die Fenster zu. Warte, ich beobachte sie mal wieder durch die Fenster. Ich glaube, ja, da oben ist sie. Ja, ja, sie geht gerade hoch. Die macht zu, die macht zu, die macht alles zu, so wie es aussieht. Oh nein, die geht auch zum Dachboden. Die macht auf dem Dachboden wieder die Fenster zu. Oh mein Gott, die hat genau das Fenster. Nein. Nein, nicht die anderen Fenster. Oh nein, die kommen da nicht mehr rein. Nein, ich habe nicht reingepasst. Mist. Okay, pass auf, was sollen wir jetzt machen? Die hat jetzt, glaube ich, alles zugemacht. Und jetzt ab ins Bett. Hey, wenn sie... Oh, guck mal, da sind wir. Guck mal. Guck mal, wie die uns aus dem Fenster hier beobachten. Diese blöden Fledermäuse. Das ist ja unter... Aber ich muss sagen, wir sind schon nervig. Wir sind echt mega nervig. Ja, wir sind mega nervig. Oh mein Gott, pass auf. Ey, hör mal zu, Lars. Ich habe eine richtig gute Idee. Komm mal mit nach oben. Guck mal hier. Wir können eigentlich durch den Schornstein hier reingehen. Wie der Weihnachtsmann. Bist du dir sicher? Ja, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Oh mein Gott. Ich bin hinter dir. Pass auf. Geh nach unten, geh nach unten. So, dass sie uns auf gar keinen Fall sehen kann. Warte. Ich glaube, die macht da gerade irgendwas an der Kiste oder so. Was macht die denn da? Oh mein Gott. Geh, geh weiter nach unten. Die sieht uns aus. Ich bin weiter. Hey. Oh mein Gott, hoffentlich hat die nichts gewittert. Was war da? Oh mein Gott, ich glaube, die hat uns gehört oder sowas, Lars. Wo ist die, wo ist die? Wo ist sie hin? Ich sehe sie auch nicht mehr. Oh, da sieht sie uns. Warte. Warte. Seid ihr im Schornstein? Okay, Lars. Drei, zwei, eins. Hoch. Uh. Ah, sie hat sich erschrocken. Guck mal. Ah. Oh, die schreit richtig. Oh mein Gott, wir haben die richtig gut erschrocken. Lass mal bitte wieder hier raus aus dem Schornstein. Das war ja mega witzig, ey. Wir haben die einfach mega erschrocken. Hey, lass mal gucken. Fühl dich gehighfived. Wo bist du hin schon wieder? Ich bin hier hinten, Mann. Du bist so klein. Ich sehe dich kaum. Ich sehe dich halt wirklich auch nicht. Aber dafür haben wir Nachtsicht. Das ist eine richtig coole Sache. High five. Yo, high five. So, ich kann dich gar nicht. Ich treffe dich gar nicht irgendwie so klein bis du. Hey, guck mal. Hier hat sie doch eine Tür aufgelassen. Wir können doch zu ihr nach Hause reingehen. Ey, wollen wir mal da reinschweben? Komm mal mit. Ich habe eine Idee. Oh mein Gott. Wir sind einfach bei der drinnen, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm mit, Lars. Lass mal nach unten gehen und der ihre Kisten durchstöbern oder sowas. Ganz alt. Vorsichtig. Vielleicht finden wir diesen Raubanzug oder sowas. Hey, da ist ein Buch. Ich habe es auch. Da ist ein Buch. Was ist das? Liebes Tagebuch. Ich werde die ganze Zeit von so zwei Fledermäusen geärgert. Aber die werden noch was erleben. Ich werde versuchen, sie mit Käse zu locken und dann in einem Käfig einzusperren. Diesen Plan werden sie bestimmt nicht durchschauen. Und ich werde sie am Ende grillen. Ha, 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 ha. Was? Junge, die will uns grillen, Lars. What? Denkst du, ich schmecke gut? Nein, ich schmecke gut. Ich schmecke super crispy, super fine. Chicken Wings, KFC. Nein, okay, warte. Ich leg das mal wieder zurück. Hey, wir müssen hier schnell wieder raus. Lass mal durch den Eingang wieder raus, wie wir reingekommen sind. Wo sind wir denn? Hier oben auf dem zweiten Stock. Ich bin bei dir. Hey, pass auf. Aber was? Wieso will die uns denn Dings? Warum nicht nicht gegrillt werden? Ich glaube, die will uns richtig locken, Lars. Ich glaube, wir machen das so. Ja, aber so. So böse war ich doch gar nicht jetzt. Doch, wir waren schon ein bisschen gemein, muss ich sagen. Pass auf. Ich glaube, die wird jetzt wahrscheinlich rauskommen. Aber ich will nicht gegessen werden. Die wird uns wahrscheinlich jetzt richtig versuchen zu locken, weißt du? Die wird jetzt einer auf so Kumpel machen, weißt du? Oh mein Gott, da kommt sie wieder. Oh Gott, oh Gott. Versteck dich hinterm Baum oder sowas. Was macht sie da? Hey! Was will die denn jetzt, Alter? Die ist, äh, ihr kleinen Süßen, Alter. Ich glaube, die macht uns wirklich, Lars. Kommt raus! Hey, wollen wir mitspielen? Wir wissen doch sowieso Bescheid, was sie machen will. Pass auf, komm mit, komm mit. Lass mal zu der Hingehse. Hi! Wir sind's. Guck mal. Oh! Käse! Lecker! Meine Leibspeise. Ja, unsere Leibspeise. Ich habe Käse. Ja, gib uns den Käse. Wir mögen Käse. Mh, lecker, lecker Käse. Oh! Da seid ihr ja. Ja, hier sind wir. Hi! Wir wollen gerne den Käse haben. Oh Mann, ihr süßen Racker. Kommt mit. Oh, guck, die versucht uns zu locken. Lass, die versucht uns zu locken. Ich liebe Käse. Ich liebe Käse auch. Oh, mal gucken. Mal gucken. Ich frage mich jetzt wirklich, was die macht. Fühlt euch wie zu Hause? Oh mein Gott, die macht zu. Die macht zu. Die meint es wirklich ernst, glaube ich. Oh Gott. Alter, die würden es wirklich für sich zu Hause. Ihr fliegt wirklich super. Oh, alles klar. Dankeschön. Warte. Warte, dann machen wir hier mal die gute alte Putze auf. Doch, du bist zu fett für die Tür, gell? Oh mein Gott. Wollt ihr eine Suppe? Äh, eine Suppe? Ja, ich wollte eigentlich Käse. Äh, ich wollte eigentlich auch Käse haben. Äh, super. Kommt mit. Äh, okay, dann essen wir halt eben Suppe, so wie es auch seht. Ich glaube, die ist ein bisschen verwirrt, Lars. Kann das sein? Ähm. Ich glaube schon. Die ist im Keller, die Suppe. Oh, interessant. Die ist also im Keller, die Suppe, ja. Oh. Mach denn bitte Suppe im Keller. Weiß ich nicht. Schaut. Schaut. Kommt mit. Oh mein Gott, was sind die uns da zeigen? Oh. Okay. Alles klar. Was ist hier drin? Oh mein Gott. Ich komm nicht rein. Doch. Komm, komm. Was passiert hier, Alter? Wir sind im Keller. So. Was will die jetzt von uns, Mann? Wo? Jetzt sind wir hier drin. Allein. Allein. Nur wir drei. Was? Oh mein Gott. Die hat ein Messer ausgepackt. Die hat ein Messer ausgepackt, Lars. Oh. Alter, du bist hier durch das... Oh, jetzt esse ich euch. Oh. Flick hier durch. Ich komm nicht durch. Ich komm nicht durch. Oh. Flick durch, Roman. Oh. 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 Ich bin durch. Oh. Oh mein Gott. Und jetzt esse ich euch. Hey, kommt her. Oh mein Gott. Ich bin da gerade noch so rausgekommen, Alter. Aber weißt du was? Die hat sich jetzt einfach eingesperrt, Lars. Ich passe hier nicht durch. Oh Mann. Wie kann man sich nur hier selber einsperren? Oh. Ist die dumm, Alter. Holt mich irre aus, schreit sie. Oh nein. Die kommt da nicht mehr raus. Wie kommt die jetzt überhaupt raus? Ach, wir fliegen einfach hier hoch. Also. Ciao, Alter. Wir sehen uns später. Ist dein Käse alleine? Okay. Komm. Lass durch den Dings, durch den Schornstein fliegen. Wuiuiui. Warte. Nicht so schnell. Ich bin schon oben. Okay, Leute. Wir hoffen auf jeden Fall, dass eure, äh, die Fledermaus-Folge gefallen hat. Falls ja, das ist ein Daumen nach oben da. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, was wir als nächstes spielen sollen. Wir hatten schon Creeper, Spinnen, Fledermäuse und irgendwas anderes, glaube ich, auch schon. Falls ihr vielleicht noch ein anderes Tier kennt, was wir machen wollen, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao. Und schaut auf shop.arosu.de vorbei.